1 2 3 4 haben wir vergessen oder nicht erreicht so wie sieht es hier aus hier haben wir wieder blumen was hat er hier der hat hier jetzt irgendwas angeht also da oben das kann ich anschreien endlich ich denke hier sind ein paar mehr die ich anschreien muss was jetzt auch noch weiter nach oben geht ja genau bitte ich will da hoch ich muss die blume vorher einsammeln damit ich dahin kann wenn ich ja das geht wieder zu dann sammeln wir mal eben die blume hier ein und dann hier noch mal so und hier ach nö war ich jetzt nicht schnell genug ok jetzt war ich schnell genug muss ich nur vorher aufgeladen so dann gehen wir mal so noch mal weiter hier ist zu was will wo wir jetzt hier unten sind hier war ja noch mal blumen vielleicht schon mal die ersten beiden hier damit mit dem blauen zauber hier infizieren sage jetzt mal mal schauen was jetzt passiert ok dann jetzt hier noch mal ok hier kann ich endlos sammeln und diesen zauber die zwei muss ich noch befreien und jetzt wieder hoch wo wir das nochmal ein hier versuchen was da noch mal also den ganzen weg hier noch mal nach oben na und hier und so und so und so und so und so und dann jetzt haben wir den dritten befreit und einer fehlt da noch Ah, geil, hier gibt es noch eine Blume. Nein, ich dachte schon. Okay. Ich hatte jetzt kurz gedacht, ich falle jetzt hier den ganzen Weg nochmal runter. Okay, alle vier haben wir jetzt von dem Kraut befreit, nochmal runter und dann mit unserem blauen Zauber hier infizieren. Schön, dass wir ins Wasser gelandet sind. Ich wusste jetzt nicht, ob wir draufgehen, wenn wir auf dem Boden klatschen, aber es war schon das Ziel, dass wir im Wasser landen. Ah, ich wollte schon sagen. Und nochmal dahin. Komm, wir gehen außen rum, es ist schneller, als wenn wir durchschwimmen. Ah, okay. Und wieder rutschen. Nice. Hier wahrscheinlich wieder rutschen. Oh, das finde ich jetzt geil. Und jetzt wieder schwimmen. Jetzt kommt es bestimmt, haben wir wieder einen Zauberstab irgendwo übersehen. Also ich. So, da sind wieder die Traumfänger. Und hier sind wieder die Blumen. Oh, Kapitel 5. Also ich habe jetzt die Blume nicht eingesammelt, oder? Doch, habe ich. Okay, das war jetzt aber ein fließender Übergang in den nächsten Kapitel. In den fünften. Davor waren ja Ladebalken. So, was lernen wir hier jetzt Neues? Okay, hier. Ähm. Yo, wir werden einfach mal wegkatapultiert. Geil. Einfach mal katapult freigeschaltet. So, wieder großes Areal. Wo sind die Zauberer? Und die Zauberstäbe? Was hat er gefunden? Ach so, der zeigt mir nur das da. Ja, den Fuchs. Ich habe jetzt aber keine Blume eingenommen. Also, äh. Erstmal Blume finden. Ich glaube, zurück können wir nicht mehr, oder? Doch, könnten wir. Da hinten gibt es auch eine Blume. Dann schnappen wir uns mal die Blume. Vorausgesetzt, der lässt uns vorbei ohne... Eingesummts... Ja, der lässt uns durch. Und ruckel, ruckel. Und Geronimo! So, dann verzaubern wir mal das Ding da hinten. Genau, hier war das. Okay, was hat er... Ah, da hinten. Okay. Geil. Geil. Nimm mal den Weg, den der mich... Ach, da war doch was. Ne, ist doch nichts. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr durch. Ah, okay. Jetzt ist vorbei. Der Zauber ist vorbei. Der Zauber ist vorbei. Werde ich hier durchgekommen, oder? Ah, okay. Ich hätte jetzt richtig schnell hier durchgehen müssen, durchrushen. Damit ich weiterkomme. Und jetzt brauchen wir wieder eine neue blaue Blume, um es zu aktivieren. Ah, hier ist auch eine blaue Blume. Okay. Dann sammeln wir die hier mal ein. Hä? Ich dachte, wir hätten das jetzt eingesammelt. Komm. Warum läuft's nicht? Warum klappt's jetzt gerade nicht? Jetzt klappt's. So, mach das mal jetzt eben ganz schnell. Komm. Schneller. Irgendwie schneller rennt er nicht. Ja, komm, jetzt. Yo, jetzt haben wir's geschafft. Nice. Jetzt ist man nass geworden. Ich hab' mittlerweile das Gefühl, diese Traumfänger sind die, äh, die Speicherpoints. Dann speichern tun wir bisher immer da, wo die Traumfänger sind. Da haben wir wieder eine blaue Blume. Da haben wir wieder eine Blume. So, gib mir die Kraft. So, dann gehen wir mal hier weiter. Ah, da müssen wir weiter. Ich dachte, jetzt kurz den guter. Ich hab' jetzt auch gedacht, das wär' jetzt ein Magier, der da liegt. Und die keinen Zauberstab haben. Ich hab' jetzt mal wieder was zu verziehen. Okay, was hat er? Hm, was hat er? Okay, dann muss hier irgendwo was sein zum Verzaubern, damit wir da hochkommen. Weil wir dafür wahrscheinlich einen Katapult brauchen. Wo ist denn der magische Stein? Der hier irgendwo sein sollte? Kannst du mir nicht helfen? Hier, äh, kleiner Geist. Kleines Ehrlicht. Wo ist denn der magische Stein? Da drüben glaube ich ja nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich da ja rüberkommen. Oder kann ich hier einfach... Ja, okay, nein. Kann ich doch nicht. Okay. Komme ich so da hoch? Nee. Jo, ich dachte schon, ich hänge jetzt hier fest. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Irgendwo muss ich doch was übersehen haben. Wahrscheinlich irgendwo ganz unten da. Oder da? Hier oben vielleicht? Irgendwas? Okay, weiter geht's nicht. Nein. Ich wollte nicht ins Wasser. Irgendwie sind wir uns was ins Wasser gelandet. Nee, aber... Wo können wir jetzt... ...nen Stein oder sowas finden zum Verzaubern, damit wir da hoch können? Ich habe den Verdacht, dass wir wahrscheinlich jetzt wieder so eine Rennstrecke haben werden. Wie da. Da hinten. Da hinten hat er was. Hä? Hä? Okay, wo will der mich jetzt hinführen? Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ah, fällt das nach unten? Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass es einfach mit springen getan ist. Nee, mit springen ist nichts getan. Nee. Mit springen ist nichts getan. Hier oben vielleicht? Na, weiter geht's auch nicht. Immer wieder diese schönen Alpha-Wände. Das ist hier vielleicht irgendwo hinter ein Stein oder sowas. Vielleicht an dem Ding da in der Mitte des Sees? Oder dahin? Hier waren wir ja noch gar nicht. Jetzt kommt's... Jetzt finde ich genau hier das, was wir suchen müssen. Der hat wieder was. Nee, der will unbedingt, dass ich da hinten gehe. Und dann verzweifle, indem ich das nicht finde, was ich zu finden habe. Ich könnte jetzt aber auch wirklich ein bisschen Hilfe gebrauchen, eine Lösung zu finden. Nee, irgendwie... Ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt weiterkomme. Das Ding da irgendwas vielleicht Hat auch nichts Ich sag mal so Ich google das jetzt mal Dann schauen wir mal gleich weiter Ich finde hier gar nichts Nur Videos Und auf Videos Will ich mich jetzt nicht beziehen Ich will jetzt kein Video ansehen Wie ich hier weiterkomme Vielleicht finde ich noch was Ich brauche da auf jeden Fall auch von euch Dann ein bisschen Hilfe Weil ich jetzt keine Ahnung habe Wie ich da jetzt weiterkomme Wir müssen ja da hoch Oder warte mal Ich habe eine Sache vergessen Ah Oh Hoppala Ja Ja Diese Sache habe ich vergessen gehabt Hä Ich dachte jetzt schon Also So Jetzt ganz schnell Ich habe vergessen gehabt Dass wir so zaubern können Der ist fertig Der hier dann noch So Nochmal Ah nein Ich stecke hier fest Komm Schnell Beeilung Okay Jetzt haben wir es geschafft So Okay Jetzt haben wir es Und hier das hier jetzt Vielleicht wie ich nicht darauf kam Dass wir Mit der Geistergestalt Einfach mal hier hin können So Die Blumen sammeln wir auch nochmal ein So Die Blumen sammeln wir auch nochmal ein So Die Blumen sammeln wir auch nochmal ein So Und so Okay Jetzt Nächster Abschnitt Was hat der jetzt entdeckt Ach so Nur die hier Jetzt brauchen wir noch eine Blume So Wo haben wir die Blumen Da oben bestimmt Und ich will nicht wissen Wie viele Von den Zauberern Wir jetzt hier Übersehen haben Bestimmt schon einige Ah da haben wir wieder Was Nein Okay Nochmal Vielleicht können wir schnell genug Dahin rennen Nee Okay Schade Dann brauchen wir jetzt wieder eine Blume Die irgendwo hier sein sollten Da sehe ich Blumen So Dann sammeln wir das mal ein Dann können wir die hier jetzt erstmal alle voll machen Die 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 hier zumindest fehlen Den haben wir Der hier muss noch So Dann nochmal hier sammeln Wenn der mal sammeln will Ja jetzt sammelt er Hallo Ich dachte er sammelt Ah jetzt haben wir Und der hier fehlt noch So dann haben wir jetzt den letzten Nice Jetzt ist die Frage Was ist das für eine Fähigkeit Die wir jetzt kriegen Die hier ist die Frage Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020